Die Warnung ist unglaublich. Ja ich hab jetzt hier, er hat jetzt eine 6 gewirbelt. Toll. Okay, 3! Niklas! Wuh! Noll! Aska! Nice! Jetzt kannst du mal zeigen, was du kannst. Dann wird's wieder behindert. Jetzt sind wir noch richtig retarded, Alter. Ich bin der ersten Freund schon. Wenn der Silberball die Calls macht, dann geht's einfach immer richtig rund. Ich bin dafür, dass wir jeden Herald bekommen. Jeden. Achso, ich hab's jetzt erweitert, Niklas. Du darfst natürlich auch die Pick-und-Bann-Phase und Champions-Select alles... Oh, das wirst du denn. Ist geil. Ja. So, nimm mal alle an, hallo? Niemand hat angenommen. Lol. Es hat einfach niemand angenommen. Mori hat mich angenommen. Ich hab angenommen. Mori. Ich hab angenommen. Ja. Lol. Steht einfach... Steht einfach in der Message. Psch, psch, psch. Ich hab angenommen. Ich hab angenommen. Max picked ye midlane. Nice. Ähm... Login. Du musst ein bisschen hinmachen, weil ich hab kein... Alex, Alex, was bist du? Äh, ich kann entweder Twisted Fate, Vega... Äh... Und du mitlemmen? Kannst du irgendwas anderes spielen? Fortune... Bis Fortune ADCary spielt Alex, meinetwegen, gerne. Mori spielt äh... Alistair Support. Bini spielt ähm... Diana Jungle. Alles klar. AP oder AB? Ähm AP. Also wir können schon... Also meinetwegen können wir relativ metermäßige Bills bauen. Okay. Ich will eigentlich nur Max in der Mitte auf der Masse hier. Und ich spiele... Chundle. Ich glaub wir machen jetzt einfach mal... Wir versuchen einfach mal durchzurasieren würde ich sagen. Ja. Ein guter Plan. Alter. Das wird ein Gaming. Exhaustory meint Niklas. So Leute, herzlich willkommen zu einer... Halt dein Maul! So Leute, herzlich willkommen zu einer weiteren Runde. Call is Call. Niklas macht die Calls, wir in Wäden. Ich spiele in Mitte. Los geht es. Aufnahme startet nicht los. Das ist so ein Kack. Stell ich mir grad vor, wie er da so am Rechner sitzt mit der Kurbel. So. Okay. Wartet. Mori, warte! Alter. Ich dachte 3-3. Gefolgst du nicht in Call, musst du tanzen. Ich bin drin. Ich sage dir, Mori. Ich krieg so ein Hals. Aber das macht Niklas die Calls. Das wird nice. Ich wette Mori wird einfach durchgehend bestraft. Bei 50 gehen wir hier rein. Mori muss voran. Und go! Auf geht's. Die machen wahrscheinlich hier unten die Crux, ne? Weiter, weiter, weiter. Hier rein, hier rein, hier rein. Aber wir sollten eigentlich... Ja, wir müssen eigentlich, weil sonst kommen wir zu spät auf die Lanes. Go, go. Wollen wir mal gucken, ob die da sind? Ja, aber... Alter. Was ist jetzt? Geht es Back oder... Oder hier rein? Alter. Wollen wir einfach den kompletten... Wollen wir richtig schießen und zu fünften auf den Jungler warten? Alter. Dann haben wir das Game so gut wie verloren. Dann muss ich aber hier anfangen, oder? Top Lander muss jetzt eigentlich Back, weil sonst kommt es zu spät. Ja. Okay, Freunde. Muss ich jetzt hier anfangen? Das bringt nichts. Nein. Wir gehen jetzt... Oder warte mal. Das ist eigentlich eine geile Idee. Bot Lane und Diana machen die Crux. Okay, alles klar. Und Diana, du junglst jetzt erstmal hier... Die erste Jungle-Rotation machst du erstmal Crux und Redbar beim Gegner, ne? Was? Warum halte ich da noch meinen Maul? Du hast ja die Zeit. So, Freunde. Ich geh Top Lane. Kann er nicht ahnen. Ich hab schon Ewigkeiten nicht mehr Mitte gespielt, ey. Das ist richtig ungewohnt. Geh weg. Ich hab früher mal bei den Butts vor der Mitte gespielt. Ja. Ich kann leider nicht aufnehmen. Oh nice, du hast den Redbar bekommen. Okay. Alex, du solltest mehr mit dem Q poken, ne? Also weniger jetzt damit. Ich hab noch kein Q. Das heißt, Diana macht jetzt noch so eine normale Jungle-Rotation irgendwo, holt sie vielleicht einen Blue-Buff. Okay. Und dann gehen wir zum Harald relativ zügig. Harald? Ich überleg grad, ob wir Alistar... Wir holen Alistar dazu, würd ich sagen. Okay. Das heißt, Miss Fortune bleibt safe auf der Lane bitte. Einfach nur unterm Turret. Safe farm. Wann muss ich hin? Ähm, wir wollen in Minute 4 ungefähr machen, wenn der spawnt. Okay. Sagst du mir nochmal Bescheid? Ja, 3.30 sag ich dir zum Backporten Bescheid. Okay. Miss Fortune wird keinen Spaß haben gegen Sie, wir Blitz. Ich muss halt nur vorher meine verkackte Legen. Ja. Das ist halt ein bisschen das Problem gerade. Ah, es wird dir... wird dir interessant. Ich hab leider keinen Pott mehr. Ich hab mich hier komplett unter den Turret runter. Boah. Mann! Charles hat sie nicht... Oh, rip. Ich bin erstmal fast tot. Alles klar, GG. Okay, 3.30. Backporten für Harald. Vielleicht ganken wir vorher zusammen um die Top-Lane. Wart-Lane wär gut, weil... Kann ich noch Rufs vorher machen? Ah, never ganker losing lane. Ja, kannst du. Kannst du. Okay, ich bin Back. Okay, ich tp wieder auf die Lane. Okay, wir wollen den Harald machen, Leute. Äh, alle jetzt? Tut mir leid, Alex. Du musst klare Ansagen da immer machen. Wir brauchen Diana, Yi, Alistar am Harald. Jetzt. Unterwegs. Okay, Cutter hat geflasht. Äh, ich bin ziemlich low, soll ich vorher back? Äh, ja, kannst du machen, dann fangen wir schon mal an oder sowas. Aber es kann sein, dass es dann nicht reicht, ne? Scheiße. Der wird reinpushen, während ich weg bin. Also Cutter ist auf jeden Fall back. Da werdet ihr keine Probleme haben. Braucht alles so lange, ne? Fuck. Okay, vielleicht ganken wir vorher Top-Lane, machen dann Harald. Oh Gott. Mach mich auf den Weg. Du musst halt bedenken, Alex ist die ganze Zeit alleine, ne? Ja, ja, Alex, du machst das da. Du machst das da. Ja, ja, natürlich. Hab ich sicher. Du stole mein Red. Du stole mein Red schreit die Räder schon. Okay. Diana, du gehst. Okay, wollen wir rein? Nein, nein, nein. Ich komm von oben, okay? Go, 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 go. Alter! Fick dich doch! Ey Alex, du musst super safe bleiben, ne? Ja, ja. Ne, wenn der vorne im Busch steht, dann hab ich halt einfach gelüttet. Muss ich den wehen? Richtung eurem Tower. Hab ich doch gerade jetzt. Ne, ne, an die Wand. Ähm. Kriegt den wahrscheinlich nicht, ne? Ach, okay, jetzt zum Harald, jetzt zum Harald, jetzt zum Harald. Go, 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 go. Das sind alles Taktiken, die sich überhaupt nicht lohnen, aber ich will den Harald einfach nur. Wow, der mit dem Block. Alter. Hast du das gesehen? Die hab ich uns rounded. Okay, go. Wir müssen uns immer abwechseln mit dem Tanken. Ich mach von hinten. Wenn du zu low bist, geh ein bisschen weg, dann dreht er sich zu mir um. Okay. Harald bleibt natürlich bei mir. Alistar geht dann wieder botlane. Nice. Okay. Nice. Ich darf weiter junglen? Ja, du darfst weiter junglen. Sehr schön. Ähm. Machst du die lang eigentlich? Yo, yo. Oh no, hier ist ein Roam. Krieg... Weni? Ja. Help? Hier komm hier, komm hier. Oh no. Oh goll. Oh goll. Alex ist ja alleine klar gekommen. Sogar fast. Oh. Ha! Ich hab ihn gedocht, den W... äh, den Q. Wixeln? Jawoll, jetzt ihn auch noch. Hast du gesehen? Schön den Q gedocht. War schön, Max. Danke. Danke, danke, danke. Ich hab mit Q in 30 Sekunden. Aurelia. 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 Das knallt mir übelst aufs Maul hier oben, ey. Rivia ist wieder unten. Okay. Nice, Max. So. You still the main. Willst du, willst du? Einfach nur... Und jetzt hab ich ult. Ehh, Niklas, soll ich jetzt eigentlich wirklich äh, First Item oben zerschauen? Ja klar. Okay, gut. Ja, dann mach ich das ab jetzt. Für mich keine Frage so. Ab jetzt, Omwrecker. Ähm, so. Als nächstes. Ich koordinier mal so ein bisschen den Jungle. Ich würde mal sagen... Mh... In 100 Sekunden hab ich TP ab, dann machen wir auf jeden Fall einen Botnet Dive. Aber Schuhe sind okay, oder? Schuhe sind in Ordnung. Schuhe kannst du dir gönnen, wenn du mal willst. Ich mach dir halt echt dran. Aber wir brauchen... Sobald du deinen Omwrecker fertig hast, sagst du laut Bescheid. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Dann gehen wir auf... Zu Dive City. Dive Train. Vor allem mit Alistar ist halt auch so bescheuert. Ja, total, Alter. Wenn... Also wir machen jetzt erstmal unsere Lanes so. Ähm... Wenn ihr Kills bekommen könnt. Ist erlaubt. Ja. Okay. Aha, Drake ist ab, ne? Ja, dann... 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 Dann pusht mal ein Botlane. Botlane ist gepusht. Wenn dann jetzt. Und macht dann... Und macht dann mit Master Yi und Diana zusammen den, äh... Drake. Ich bin auf dem Weg. Das ist irgendwie intensiv los. Ich hab auch Smite ab. Also... Wir können jetzt den Drake machen, Lungs, ne? Wollen wir vorher noch Botlane... Rasieren. Damit Alex ne Chance hat. Ja, die kommt gleich wieder. Ja. 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 Drake, oder? Oh no! Oh no! No way! Niklas, Drake? Ja, ich mach den Drake. Fuck! Wer ist hier? Ja, der kommt da? Unlucky. Fucking lucky. Okay, äh... Magst du uns auch helfen, ne? Ja. So, ja. Gut, ich komm. Ich komm. Botlane kommt. Sollen wir fighten, wenn die kommen? Ja. Okay, dann go. We'll go fight. Siebier? Siebier, siebier. 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 Komm. Die ist fast tot. Okay. Ja. Nice. Hier, ward, ward, ward. Jetzt Drake? Jetzt Drake? Ja, ähm... Schafft ihr das? Wenn das schafft, dann ja. Dann go. Der Blitzkönig wird uns versuchen zu grabben. Lass ihn lieber rausziehen. Dann zieh den Drake ruhig raus. Ähm... Okay, dann nicht Mori. Ja, ich wollte doch grad nur warden. Ja, dann... dann... Delayed alles. Aber ist okay. Könnt auch Damage machen wir jetzt. Der Drake, der Drake. Aber ich dachte, wir... Dann raussetzt. Alle zusammen danach auf Cutter, ne? Okay. Nice. Dann nicht. Schmeid. So, jetzt auf Cutter, Jungs. Ihr habt's gehört. Ja. Aber los, gönn ihr euch die. Oh, die flüchtet. Alter, call es auf Cutter gehen. Safe Pentakill, Safe Pentakill. Oh. Lol, was ist die? Lol, ihr habt sie noch bekommen? Wie habt ihr sie bekommen? Lol. Sie ist reingegangen. Echt? Ja. Ja, aber sie hat noch einen Double Kill geholt. Ja, hätt ich das gewusst hätten, weil ich... Okay. Lol. Ich bin halt nicht hinterher, weil ich nie gedacht hätte... Ich hab ihr wohl abgebrochen, aber es war trotzdem. Okay, weitermachen, weiter, weiter, weiter. Ähm. So, ich würd sagen, äh, Diana kümmert sich jedenfalls gleich mal ein bisschen weiter darum, dass der Jungle vom, äh, von Irelia relativ leer aussieht. Alles klar. Alter, der Typ macht mich halt so lange... Red oder Blue Sides. Unglaublich, Mann. Das ist eigentlich komisch. Das ist krass, Mann. Hol dir Sunfire und, äh, Iceborne, ne? Was kaufst du dir? Sunfire, Iceborne, okay. Nee, nein, oh Gott. Ja, okay, ich mein, ist dein Game. Oblieg dir. Okay, alles gut. Aber Iceborne, Sunfire ist halt über OP, gerade auf Trundle, so. Dann machst du ihn lang. Das war ja mal Schaden. Däger. So, aber ich, ich mach hier weiter. 2-0-1, Junge. Je Mitte. So, muss das sein. So, muss das sein. So, Diana ist am Counter-Jungle, das ist ganz schön. Hotlane. Oh Gott. Knall sie weg! Das ist Ulti. Was machst du? Was machst du? Flaschen für den Kill! Ja, Mann! Das tut sie mir! Der hat auch noch Flash! Die töte dich doch! Tipp! Tipp! Tipp Alex! Ohhhh! Der Blaze! Okay, machst du auf jeden Fall gut! Ja, ich hab sie, ich hab sie fast, äh, ihn fast gehabt. Ja, aber der hat auch noch Flash! Ja, Mori, wo ist mein Supporter? Hm? Wo ist mein Supporter? Und hat gesagt, hier, mach... Na, dann mecker nicht rum, dass ich auf der Botlane verkacke, wenn du nicht da bist! Okay, Midlane-Gank, Diana. Midlane-Gank? Okay. Ja. Alle, oder was? Warte, pass auf, ich geh rauf und stell eine Ward, wenn du hast. Stell rauf und stell eine Ward, dann komm ich dazu. Oh, hier ist gerade noch Irea, aber wir gehen weiter auf Cutter. Oh, der hat das Timing, Bros! Oh Gott! Das ist natürlich ein bisschen... Auf Irea, geht auf Irea! Oh, Lord! Ihr seid drei gegen zwei, ihr müsst wahrscheinlich... Oh, no! Das war richtig gutes Timing. Alter, was? Du musst weg! Geh unter den Tower! Geh unter den Tower! Fläsch raus, ich fläsch raus. Alles, safe, safe, safe. Okay. Alter! Warte! Die haben wir das drei gegen drei verloren, das war eigentlich perfekt getimt. Nee, Irea war halt unlucky, dass sie gerade kamen. Ich hatte halt keine Bars, die hat Double Buff. Die haben mich halt geburstet, ne? Cutter und Irea. Okay. Schade. Die wieder auf Lane. Und ich hab auch genauer nicht Dings gehabt, Runic Echoes. Jetzt hab ich aber... Was geht? Da war ein Blitzcrank, der mich überrascht hat. Der Harald ist wieder ab. Ich würd sagen, wir preparen mal für Harald. Das heißt, Lanes reinpushen. Dann gehen Yi, Diana und ich wieder auf den nächsten Harald. Okay, ich hol mir Blut und mach mich auf den Weg. Bleib ich immer noch safe, bot? Safe. Ja, wobei, eigentlich musst du tanzen, ne? Du warst nicht safe. Ich würd sagen, Alex, du darfst ab sofort nur noch offensiv flashen. So wie grad eben. Weil definitiv flashen ist was für Loser, das musst du lernen. Und offensiv flashen ab sofort nur noch offensiv. Fing einen guten Call. Fing einen guten Call. Du musst doch mal ein bisschen was lernen, was die Spielmentalität angeht. Und da ist offensiv flashen definitiv das Wichtigste, was es gibt. So. Das heißt, wir machen jetzt den Harald gleich wieder, oder wie? Wir machen gleich wieder Harald. Nein! Den hättest du nicht anhitten. Ja, ja, ja. Ich weiß. Ich wollte das auch nicht, ihr Fatzen! BAM 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 BAM! Alter, was geht? Ihr rasiert ja! Ja, Alistar ist da. Dann geht die Party auch. Kannst du was? Kannst du was? Ja, ja. Ich hab Flash und ich hab noch die WQ-Combo. Dann zwei Sekunden. Ja. Okay. Ready for Harald, oder was? Ich bin ready, ja. Drauf den! Ja, ich bin doch! Mach doch! Ich mach doch! Ich hab... Nee, den hättest du nicht bekommen. Doch, weil ich die Kuh gerade wieder abhatt. Du wurdest von den Vasallen getötet. Ey, 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 ey. Okay, Call, Mori, ab sofort. Ab dem Rest dieses Spiels darfst du nur noch Hodor sagen. Hodor. Junge, einer muss immer... Ich nehm den Harald, ne? Danke, naja, danke euch, danke euch. Jetzt gehen wir Toplan. Toplan. Geht immer zurück auf eure Lanes. Danke. Mein Dude ist ja gerade weg, leider. Hodor. 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 Hey, Mori, hast du Ulti ab? Hodor, Hodor. Hodor. Ja, ich bait die. Ist nicht gewordet. Ja, du musst wenn dann öffnen. Wenn sie für den Minion geht. Jetzt. Weiter drauf, ne? Nein, ich hab kein W, ich hab kein Mana für W. Ah. Hätte ich Mana für W gehabt, hätt ich überlebt. Aber jetzt hab ich Ohmwrecker. Nice. Okay, fuck. Aber dann hätten wir's auch überlebt. Scheiße. Naja, egal. Nächsten Dive überlebt. Nichts soll ich Top kommen, ich bin Low, aber vielleicht kann ich überlassen. Jojojo, komm mal, komm mal, komm mal. So, der kann nicht bürsten, ne? Mit Ult. Der hat keine Mana, der hat keine Mana, der hat keine Mana. Hast du Ult, Niklas? Ich komm, ich komm, ich komm. Nee, ich hab Ult gerade gebraucht. Mach einfach Pillar dann nur für Beni. Der wird dich einfach jetzt bürsten wollen, weil er weiß, dass er nicht wegkommt. Ja, geh einfach, geh einfach, Junge, dein Leben! Morf! Ja! Sehr gut, du hast dich für deinen Caller geopfert. Genau, so sieht's aus. Du bist im Himmel von ähm... Ich hab Umzerstörer, ne? 27 Moris begrüßt. Ab jetzt geht's richtig ab. Bot lane miss, Bot lane miss. Oder. Ist das Umzerstörer ready, oder was? Oder. Beste Idee ever, Alter! Das ist einfach, Hendrik wird das so feiern. Okay, Tower Dive, Tower Dive. Mit Tower Dive, mit Tower Dive. Direkt? Okay, dann. Nein! Go, rein, Tower Dive! Okay, okay, okay. Der Tower ist aus. Cutter, 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 Cutter. Bot lane miss. Irea, Irea. Wir überleben das nicht, Niklas. Das ist natürlich ein Armer schlecht ausgefügt, muss man sagen. Nee, da kam einfach... Oder! Oder! Das ist eigentlich einen direkt in den Tod schicken, Niklas. Ich hab nicht gesehen, dass er eine zweite Person war. Jetzt ist sie halt gefeedet, ne? Die machen Drake. Ärgerlich. Äh, ärgerlich. Aber das hab ich natürlich nicht kaum gesehen. Oh Gott! Ich komm mal, ich komm mal. Okay, ich kann mit lane TP'n, ich kann mit lane TP'n. Oh, du kriegst sie. Jawoll. Oh, hätte ich flashed, würde ich beide klicken. Okay, denkt an Blue Trinket, Jungs. Ey, das ist meine Mitte. Ja, aber dann pusht er den Tower jetzt. Okay. Oh, Lord. Oh Gott. I'm coming. Nein! Hoda! Lauf! Hoda! 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 Aufstehen wir! Sehr gut, Leute. Macht er gut, macht er gut. Du hast... Eis! Oh Gott! Oh Gott! Ich krieg sie, ich krieg sie, ich krieg sie! Achtung, da kommt Blitzcrank, ne? Nice! Okay, äh, Drake, Leute. Nee, 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 nee. Mori, das ist ein Tower! Ey, was? Er macht Calls! Call ist Core, Max. Hä? Nein! Ich hab mit Mori geredet! Der dift nämlich grad wie ein Geistesgestörter. Hoda! Hoda! Mori ist einfach ne blöde Kuh. Ah, das ist die Geistesideale. So, Leute, Drake macht das schön, ne? Ja, sehr gut. Sehr schön. So. Du, was wär denn noch geil? Oh, Mann. Okay, ich würd' sagen, wir brauchen nen Turret. Und, ähm, da Max Midland Turret ja stehen bleiben muss, damit er die ganze Tower diven kann, ähm, würd' ich sagen... Das macht so Sinn! Das ist total sinnvoll. Wär dumm, wenn du jetzt Türme kaputt machen würdest, ne? Ähm... Was ist... Nächstes ab? Okay, äh, also Harald ist in der Minute, den machen wir auf jeden Fall wieder. Wir wollen hier den ersten Harald-Rekord der Welt aufstellen. Und, ähm, ja, Diana gankst, sag ich mal, mitlanen, ne? Holst mal die Kata ab. Kann mir Bluefeuer holen, die Kata ist sicher nicht da. Ich hab Bot-Lane ne dicke Wave am Tower. Oder... Dein Maul! Ich hab's mal kurz so'n Status-Update gibt, wie's ihm geht. Oh, die Irelia ist Bot. Irelia-Bot? Okay, warte mal. Da ist noch mehr Bot-Kata, ist auch Bot. Ich tp, ich tp, ich tp. Alle runter, alle runter, alle runter, go! Engage, engage! Oh, fuck! Ja... Runder, runter, 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 runter! Nice... Dive, 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 dive! Aber Mori muss eigentlich tanken. Na gut, Niklas. Ja genau, der am besten nicht tankt. Okay, stoppt, stoppt. Oder kommst du noch mal ran? Kommst du noch mal ran wegen E? Nee, ne? Acht Sekunden hab ich auf mein E. Ne, dann scheiß drauf. Wir können dive, ne? Ich hab Umwrecker, ich hab Umwrecker, ich hab Umwrecker. Okay, go, go, go! Katharina, Katharina, Katharina! Na dann drauf. Ich mach aus! Ist aus! Hora! Es ist so stumpf! Turn, turn, turn! Er ist einfach aus! Achtung! Toplane wird genommen! Toplane wird genommen! Alex lauft Toplane! Alex lauft Toplane! Alex lauft Toplane! Und wir pushen hier durch! Wir pushen hier so weit rein, wie es geht! Geil! Wir sind zu führt! Hodor! 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 Oh Gott! Ist eigentlich schlimm, aber es passt auch so. Und go! Lauf drauf! Einfach nur Turd! Hä? Weiter? Okay. Jetzt kommen wir weg! Jetzt kommen wir weg! Jetzt kommen wir weg! Jetzt kommen wir weg! Sehr gut Team! Der Harald ist ab! Also Diana und ich machen den! Und Max wird dann auf der Mittler wieder Spaß haben können! Alter! Die Calls! Es geht einfach auf! Es geht einfach auf! Es geht einfach auf! 3.000 Calls! Was geht daran auf! Wir können einfach schon viel besser stehen! Aber der Ohmbreaker! Der geht halt immer auf! Der geht halt echt immer auf! Weißt du! Das ist wirklich mal ein aktivierbares Item! Wenn du es benutzt! Dann merkst du richtig wie nützlich ist! Alle mitlanen! Alle mitlanen! Geh drauf! Einfach drauf! Ich hab den Ohmbreaker wieder ab! Hodor! Cutter! Ne Nautilus! Nautilus! Ich hab kein CP! Nice! Oh Mitte! Was machst du denn? Hodor! Okay weiter! Ulti einfach mit dem Tutor! Durch! Ich hab Ohmbreaker! Wir pushen rein! Und wenn die da bleiben! Dann disablen wir einen Tower und fokussen Cutter oder so! Und da ist ein Alex! Einfach drauf! Ja! Tankst immer noch! Tankst immer noch! Huloll! Du siehst das doch im roten Faden! Ne! Da war keiner mehr! Auf Blitzcrank! Blitzcrank! Hä? Wir sind gestorben! Okay raus! 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 Wir können eigentlich wieder... Rein! Rein! Zurück! Turn! Turn! Nice! Ich mach'n Tower aus! Nice! Oh! RIP! Ab's jetzt ist ab! Eine Sekunde! Alter! Was sagst du dazu? Oder? Ja! 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 Das ist einfach der beste Call! Am Anfang dachte ich so, okay! Ist ein bisschen lahmer als das letzte Mal, wo Niklas Calls gemacht hat. Aber ab dem Ding ist halt direkt Ende! Ich muss erstmal wieder ein bisschen reinkommen! So Leute! Wir haben den Harry vergessen! Auf zu Harry! Ey! Der ist doch gar nicht... Baron! Baron! Alle zum Baron! Alle zum Baron! Kann ich vorher die Mitte rauspushen, dass wir Luft haben? Ja! Mach mal! Mach mal! Mach mal! Mach mal die Wave! Dann mal am Turn weg! Ich kann auch... Guck mal, dass hier die Jungs da hingehen! Mhm! Oh! Hier ist ein Naughty gewesen! Auf ihn drauf! Ja, wir können drauf! Was war's für ein Pillar? Okay! Alle auf Naughty! Oh! Den Lachen war lang! Danach gibt's einen Instant Burn! Auf die Räder! Oh! Oh! Achtung! Oh! Fuck! Mach dir! Mach dir! Oh Jesus! Hodor kommt! Hodor kommt! Schön! Hodor! Okay! Gut gemacht! Kein Baron! Kein Baron! Aber sobald wir ab sind! In 30 Sekunden gibt's einen Baron! Also... Pusht mal die Lanes! Und dann gibt's einen Baron! Einen richtig sahnigen Baron! Lecker! 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 Hodor! Hodor! Ja! Sicher so! Das ist natürlich Quatsch! Aber das ist natürlich eine super Möglichkeit, um gleich noch zu diven nachzuhören! Gilt der Call is Call immer nur für eine Folge? Quasi? Oder... Dass man Mori sagt, er muss eine Woche oder sagen? Ja die Folge... Call is Call kommt ja nicht mal jede Woche... So! Alex ist jetzt eine faule Socke! Alles... Was? Nächste Ebene auf jeden Fall! Okay! So! Baron, Freunde! Wir können noch hier mal ein paar Worts entstellen! Hier! Hodor stellen wir eine Worts zum Bloobuff! Hodor! 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 Und hier ist die Raelja! Hodor! 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 Und jetzt! Fast Baron! Go! Ich bin noch nicht mal da! Egal! Mori tankt! Ich kann sie auch abhalten, ne. Guck mal da kommt Nautilus, lol die wissen's nicht, die wissen's nicht, die wissen's halt wirklich nicht, der klärt grad die Pink Ward. Ja. Okay, dann rennen wir zu Nautilus, direkt zum Nautilus. Geil, zu Nautilus. Die locken sich halt in so, okay die machen, okay Midlan, Midlan, oder? Ja, 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 ja. Ohmwreckers, hau ab. Geil. Okay, die wissen nicht wie ihn geschieht, alter. Du musst einen guten Pillar setzen, mach weh. Geh hinterher. Schön. Wo sind sie? Da, Pillar, Pillar. Jawoll. That is it. First. Okay, wir müssen uns Midlan holen, wir pushen, wir machen Aram, alle Midlanen. Oh, guck mal hier ist Dings. Ich kann deaktivieren, einfach rein, einfach rein, go, go. Dive, 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 dive. Wir können Tower mal, Tower, 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 Tower. Tower, Tower, Tower. Einfach deaktiviert, die müssen sich auch so dumm vorkommen. Oh, ich stehe unter Tower, ich bin safe. Was ist denn? Rauf. Oh, was ist rauszukommen? Oh, raus. Hilfe. Ich tank den. Oh, nice. Nice. Okay, wieder zurück. Ähm, ich geh mal Toplanen. Ich hol mal einen Red. Was ist denn mit dem Dreck? Sollten wir gleich machen, ne? So, Max, ich glaub du brauchst einen, ach ne brauchst du nicht. Hodor baut einen ZZ-Rod-Portal auf jeden Fall. Oder? Jeder baut einen ZZ-Rod-Portal. Okay. ZZ-Rod-Portal ist das beste Item in League of Legends. Ja, aber ich mein, als nächstes Item direkt. Baut das fertig, was ihr gerade fertig bauen wollt. Und dann gibt's sofort ein ZZ-Rod-Portal. Okay. Oh. Die ersten drei. Die sollten mit dem Baron ein Powerplay machen. Ey, die ersten drei, die das fertig haben, kriegen alle ein Bier von mir aus. Okay. Scheiße. Ich hab das so unfair gemacht. Ich hab das fertig gebaut. Oder? Was machen wir jetzt? ZZ-Rod-Portal bauen. Dragon, oder? Ja, auf jeden Fall. Achso, Dragon. Ja, ihr macht einen Dragon. Wir müssen aber auch pushen mit dem Baron. Mit dem Vel'Roth, ja, eigentlich schon. Äh, aber Drake ist auf jeden Fall noch drin. Go, go. Kann schon anfangen. Ich hab keinen Smart Clouder. Oh, kriegen wir schon. So, jetzt müssen wir irgendwo pushen. Am besten Niklas splittet. Niklas hast du TP ab? Ja, ich hab TP ab. Ich splitt hier oben. Ich ziehe wie er kommt. Ja, die ziehen zu dir, aber ist gut. Dann können wir hier einfach rein pushen. So. Ich werd auch gleich... Jo, ich dreh um. Ich geh raus hier. Wir können uns im Jungle treffen. Ne, wir sollten pushen. Wir sollten pushen. Wir können hier komplett alles nehmen. Okay, rip. Ich geh raus. Oder? Weißt du die Leer? Egal. Pushen, pushen, ne? Oder, oder? Ihr pusht die Midlane, ihr pusht die Midlane. Ähm, ich geh kurz... Kriegen wir den Tower. Wir kriegen auf jeden Fall einen Tower. Go, go, go. Ich kann euch zurückDPen. Und Inip auch. Ja, ja. Wisst du? Autorotated. Powerplay. Alter. Die LCS-Taktik. Wir sollten jetzt Toplane ranholen. Ihr geht da raus. Ihr geht da raus. Wir holen das Toplane. Ihr denkt an das ZZ-Rod Portal, Leute. Das muss fertig sein. Wir finishen nicht, bevor jeder ein ZZ-Rod Portal fertig ist. Okay. Das ist halt jetzt der Call. Und ich möchte ganz gerne jedes ZZ-Rod Portal sehen. Häh, bis zu, hat jeder den Buff länger? Welchen? Wir haben Buff? Ja. Äh? Vielleicht ist das Mastery mit den Buffs, dass die länger halten. Ah, das... Ja, 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 ja. Okay. Okay, wir diven auf jeden Fall. Okay. Jetzt. Mori muss anfangen, Mori muss anfangen. Und hurraaa! everyone go! Blitz Trag. Okay. Okay. Weiter, 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 weiter. Hast du noch Ohmwrecker? Nee, nee. Nee, wir sollten nicht. Raus, 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 raus. Okay, Turret und Nipp holen. Läu, wat? Hier, go. Oh, fuck you, Bro. Weiter, weiter, weiter. Hier, Turret. Hey, ich weiß ja, ob das so gut ist. Okay, wir müssen abbrechen. Raus, 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 raus. Wir müssen abbrechen. Shit. Guter Heal. Niklar, äh, Alex. Guter Heal, guter Heal. Nicht? Nee. Warum? Weil keiner gedroht hat zu sterben. Das ist ja so ein Überrümpelungsding. Ja, wir nehmen den kompletten Jungle. Jungle nehmen und dann... Zwei Camps. Kompletten Jungle. Den kompletten Jungle, mit damit nehme ich zwei Camps. Und dann, ähm, gehe ich mal, äh, hier Botlane-Farm. Und ihr könnt, äh, macht was ihr wollt, so. Seas Road Portal ist auf jeden Fall euer Ziel erstmal. Wir haben die Timer auf Drakes und Baron, die wir instant nehmen werden. Geil. Ähm... Und warte, lass mal kurz warten. Also hier, wir, wir drei, wir warten hier. Mori, äh... Soll ich auch mal zu euch kommen, oder? Nö, nö. Okay. Okay. Oh, Fanatic. Push. Die kommen eh zu mir, weil ich hier pushle. Leute, guck mal in den Chat. Ja, ja. Guck mal in den Leute-Chat. Was? Wie einlockig Kamerad. Was? Ah, nein, jetzt hast du dich gezeigt, Alex. Ja, und? Ja, das solltest du nicht. Oh. Alex tanzen. Okay, Alex muss in Baron Pit. Alex tanzen in Baron Pit. Okay. Tanze ich automatisch gelassen. Okay. Tschüss. Okay, warte, Max bleibt hier, Max bleibt hier. Oh, lol, die sind zu viert. Ne, das kriegen wir nicht. Oh, puis. Komm mal. sequen nach der Werbung T smelled internet. Okay, die Anirate kommen wir runterieren. Ja. Komm mal. Dann gehen wir mal rauf. Da haben wir mal ein bisschen. Wir müssen mal. Siewiewiewiewsiewiew. Counter, 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 Counter. Ich bin unterwegs, Leute. Hab sie. Okay. Irelia. Irelia. Ja, jetzt habe ich ihn gerade gemerkt. Oh. Komm mal wieder. Penta von Max, Penta von Max, Penta von Max Oh Gott Oh Gott Geh mal weiter in die Base Such mal den Fünften Wo ist der Penta von Max, hier ist der Penta von Max Bitte komm gerne Alles gut Ich kann Ohmraker machen vielleicht Ihr müsst warten bis ich da bin Okay jetzt, einer muss tanken Ah Oh 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 Ohmraker hat irgendwie Alex war wirklich nicht in der Barrow Pit Ich hab getanzt, ich hab getanzt Ich hab 10 Sekunden getanzt Mann Na ja gut stimmt, der war dadurch später da So ZZ ZZ Jetzt muss ich schon wieder diesen Drecks Raptor Cloak kaufen, alter Muss ich eben so für Ohmraker Das ist geile Item Ist übelst das geile Item Alter ich brauch nur 200 Gold, dann hab ich's Ich brauch nur 600, dann hab ich's auch Nice Ach Hodor, du kannst nämlich die Kamera aufmachen und wenn du auf Kamera settingst diese Kamera neben der Map klickst Das müsste glaub ich gehen oder Hodor 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 Obwohl Locked Camera Leute wir lock ich Camera Mega geil einfach Geil wär hätte er die ganze Zeit versucht irgendwie die Aufmerksamkeit so irgendwie indem er sagt Hodor Hodor Und so was hat der denn Man spricht doch mal richtig Okay also ich geh top pushen Ich hab aber TP Und ich würd sagen Was machen wir denn? Ich brauch noch Wolfscamp, dann hab ich ZZRod Aber wir sparen das auf und stellen das alle gleichzeitig oder? Jaja wir stellen das alle gleichzeitig Kann das ZZRod Portal die ähm Und dann deffen wir einfach um jeden Preis Dieses Camp Wir stellen einfach in einen Busch irgendwie 5 Stück Boah das wär ne geile Idee Aber kann das ZZRod Portal die Minions hier aufhalten? Also wenn wir jetzt 5 ZZRod Portal um die beiden Turds bauen Das ging mal, kann ich nicht ob das noch geht Boah ich glaub nicht Boah da müssen wir übel Ich bin mir ziemlich sicher Jaja das wär richtig dumm wenn wir das auf einmal jetzt rauskriegen Naja dann andere Taktik, also ich hab mein ZZRod übrigens fertig Ja ich auch, ich geh jetzt back und kaufs Oh die machen Baron Wir müssen hin, wir müssen hin Rein, 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 rein Leute Guck mal die Clearness Vision das schaffen wir noch Warum portet die back? Wir müssen nur dahin ZZRod Portal war doch angesagt Ja Hodor Er hat gesagt dahin Er hat ja gesagt, er muss tanzen Er hat ja gesagt, ja Hodor Ja wir sollten nicht fighten Wir sollten nicht fighten Leute die haben schon geflasht, die denken wir sind alle hier Aber sind wir nicht Nein es ist schön old Alex Okay Wir gehen weiter rein, wir gehen weiter rein Wir machen Nautilus Penta für Max vielleicht Ja du bist ein Spacko Komm her Ja okay Penta für Max ist over So Leute So Haben sie alle ZZRod mittlerweile? ZZRod und dann Baron? ZZRod und dann Baron? Können die den Tank? ZZRod eins, zwei, drei Ne 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 hier hier Oder? Oder hier hin Alle ZZDV Alle ZZDV Wir haben das Game so lange Ja wir kriegen Bier, alle außer Alex kriegen Bier Oder? Oder? Ne, Niklas hat es als erstes Die ersten drei die es haben Ich krieg Bier Max Und Mori Ich hatte es als erster Ich hab halt Infinity Edge gebaut Guck mal in Chat Hopps Ich krieg Bier Oder? Du, 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 du farmst die Camps, ich stehe Wache Ich stehe, ich, ich schmiere Das ist einfach unser vierter Dir macht keine einzige Ja, wir übertreiben halt komplett in der Rotation Okay, so Jetzt schützt ihr den Red Buff, ich die schmiere Na gut Hier ist kein Red Buff, du holst dir die Dinger hier unten Dann holst du die Botlane Farm Je Mitte OP, ich sag's euch Das sind vier schon wieder Okay Hier brauch ich den Farm Wie viel Gold brauchst du denn noch überhaupt? Ja, ne ganze Menge Warte, warte, warte Ähh Geh in die Baron? 600 Ne Geh in der TP auf jeden Fall, hol dir mal den Farm hier Wir haben da ja ein bisschen Oh der Blue Dann brauchen wir nen Turd, nen Alex am Besten Oh lol, haltet ihr da? Oh der Q Alter Wir holen uns hier den Turd, wir wollen aber nur das Gold für dich ne? Ähh Noll Okay, Achtung, wir müssen ein bisschen aufpassen, dass wir nicht... Ihr kommt nicht... Okay, ihr müsst uns helfen, wir müssen uns helfen, wir müssen... Okay, wir sind am Arsch Ja, nevermind, wir sind tot, wir sind tot, wir sind tot Oder? Aber wir haben Turd bekommen Aber wir haben Turd bekommen Aber wir haben Turd holen für Gold Für Gold? Er soll einfach Farmer verlängern Warte mal, ich kann, ich kann Dorans Blade noch verkaufen In the Turd ist besser Ja, genau, wie weit, wie lang, wie viel brauchst du noch? Warte, ich gucke Ich kann auch einfach... Ich hab's, ich hab's Ich hab's, ich hab's Du hast die Drapoddle Ja Alle haben's Ich würd sagen, wir stellen's da einfach rein, oder? Ja, wir stellen's alle auf die Top-Lane Der einzige Dings, wo kein Turd ist Alle stellen wir es gleichzeitig da rein und warten in diesem Busch, dass die es clearen wollen Ich hoffe, es passt alles rein, ey Oh, nicht Silvian Es passt alles rein, also wir werden es nicht Drauf, oder? Oh, oh, oh Weiter? Oh, Leute, Leute Ne, 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 die sollen ja nicht surrendern, die sollen nicht surrendern Die könnten Autolos noch machen, wenn ihr könnt Aber, okay Die turnen jetzt, die turnen jetzt Und ich bin jetzt neun Sekunden da Hehe, mitgesprungen Okay, nice Okay, alle Top-Lane, alle Top-Lane Wir warten aber noch auf die anderen, bis wir setzen, oder? Ja, ja, ja Alex, schnell, du musst ballen Ja, ich glaub, ja Wir pushen nicht, wir pushen nicht Wir pushen nicht, wir pushen nicht Doch, wir sollten pushen, damit sie hier keine Dingschen haben, oder? Wir sollten ein bisschen reinpushen Dass sie... Dann zurückgehen Hast du Hodor, kannst du die Clean? Sehr gut Hodor Jetzt warten wir noch auf Alex, und dann stellen wir alle unsere Easy-Rod rein Wir sollten rausgehen aus dem Busch, dass da genug Platz für drin ist Ja, okay Okay, okay, okay Ich setz ganz oben hin Ich setz ganz oben hin Niklas, du solltest auch noch raus Bin da? Okay Ja Hodor Wir können auch nacheinander, damit es safe drin ist Ja, okay, erst Max Ich mach Veni Hodor Hodor Okay, oh Oh man Hodor Das hat's rausgedrückt Können wir in den Busch warten? Wir können nicht in den Busch warten Ja Könnt ihr in den Busch? Könnt ihr irgendwie in den Busch? Alle in den Busch, wenn es geht Alle in den Busch Alter, die haben Mehl Hodor rein Hodor Heiner kann hier ہим Hodor 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 Ich rappte einen, aber dann Ich komme nicht raus Ich stecke fest Ich stecke fest WAS? Jetzt komme ich raus Warte, warte Wollen wir uns beidenримuteln? Na, Katharina wieder in den Busch In den Busch Hodor Die Flut, ey Wir blocken halt auch die Viecher, ne Scheiß, die ZZ-Rod-Minions müssen für uns gewinnen. Ja, die ZZ-Rods halten ja nicht mehr ewig an, ne? Wieder in den Busch, oder? Ah doch, Blitzcrank, Blitzcrank, Blitzcrank. Guck mal, wie viele das sind! Oh, er cleart alle mit einem B. Alter... Der Torx kriegt trotzdem Schaden, weil es ihn nicht aufweist. Mit dem Busch, mit dem Busch. Ja, die Stüppli mit dem Busch, die können das nicht ewig halten. Hier drin ist übrigens ein Ward, Mori, äh, Hodor muss clearen. Wo ist der? Ne, der ist wahrscheinlich hier. Da ist er! Achso! Drauf? Ja, wir müssen mal einen holen, wenn sich einer vorwacht. Ja, los! Hodor! Ja, wir müssen einen killen, einen müssen wir killen. Ich hab deaktiviert. Sehr gut. Ja, gut. Buschmänner Retreat! Guck jetzt, guck jetzt, die CC-Rods, guck jetzt! Buschmänner Retreat! Boah, Alter! Holy shit! Zurück in den Buschmänner! Ich hab wieder Ulti. Vor allem die Mitte auch, ey! Die werden einfach gerappt! Und dann haben wir... Alter... Was ist das? Vielen! Ist das dumm! Oh, sorry. Was? Dachte ich wär drin. Sie, wir schreiben noch this, try harder. Ja, wir try harder übel! Guck jetzt, warte ich ja nicht! Auf sieben ja dann! Und wir haben gleich... Okay, Blitzkrieg! Drauf! Zurück rein! Gavis, wenn wir einen reinkicken und der ist irgendwie reingepackt... Bleibt da drin hängen! Okay, wir haben gleich alle wieder CC-Rods ab. Wollen wir die woanders hin stellen? Ein bisschen weiter trollen woanders? Ich würd... Oder, oder, oder! Dein Call! Dein Call! So dass die dann nicht alle auf der Lane stehen können? Oder... Verstehst du, wie ich mein? Wir haben keine Super-Minions mehr! Wir haben keine Super-Minions mehr! Ja, wir... Warte, alle... Alle CC-Rods rein! Die gehen nicht mehr rein! Die haben Angst! In der Zeit machen Barron! Alle wieder hier rein! Alle CC-Rods und wir gehen zum Barron! Okay... Tryhard! Jetzt haben sie selber sich... Echt? Tryhard! Guck, 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 wir haben auch eins! Ja! Hodor! Guck, wie sie Angst hat vor Busch! Hahahaha! Alter! Göttlich! Jetzt trauen sie sich wieder! Guck, sie haben gepusht! Hodor! Okay! Ich hab einfach den schnelleren Backboard nicht! Und alle Base! So... Was holen wir uns denn jetzt? Die wir töten? Ja, ne? Ja, ja! Ihr kauft mal eure Items! Gibt es noch was geiles? Das sind mega witzig! Was brauche ich denn jetzt? Schnellfeuergeschütz? Oder Blutdürster? Oder... Hm... Du brauchst einen Omenwrecker, Alex! Wie heißt der auf Deutsch? Ähm... Omenzerstörer! Omenzerstörer, genau! Joll! Okay! Hodor! 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 Where are you from? Hodor! Ähm... Wir warten müssen wir unser ZZ-Rod wieder abhaben! Hm... Oh! Kommando-Banner! Ja! Alle Kommando-Banner! Alle Kommando-Banner! Dann sind wir dann Ban of Command, ne? Ja! What the fuck? Ähm... Max verkauft seine Sterrex, da verkaufst du dir Ban of Command! Okay! Ban of Command! Mori verkauft... Ja hier... Äh... 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 Face of the Mountain! Quatsch! Sidestone, klar! Sidestone weg! Wir brauchen doch keine Vision! Wir sind doch nicht dumm! Wir sind doch nicht dumm! Wir sind doch nicht... Wir sind doch nicht in Gold hier! Wir brauchen doch keine Vision! So! Ähm... Genau! Kommando-Banner! Vielen Dank an den Twitch- an den Twitch- an den Stelle... Was machen wir jetzt? Lollen wir die Angst haben? Jaja! Direkt Ult! Weil ich einmal in die Wave-Cue... Weck ihr! Oder... Oder... Was machen wir jetzt? Wir brauchen doch noch Geld für Kommando-Banner! Wir müssen den Barren-Buff jetzt nicken! Also wir müssen einen Call machen, wo wir unsere... Dings hier aufstellen müssen! Barren-Buff, Alter! Nee, ich meine unsere... CD-Rods! Okay! Sollten wir einen in die Nipp nehmen? Wir können zum Beispiel da auch hinstellen! Ja! Lass... Lass das da machen! Dann könnt ihr uns vielleicht in die... Wartet noch ganz kurz! Ich hol noch schnell... Nee, nee, nee! Wir warten... Genau! Wir warten hier alle... Alle fünf... Jetzt schon? Ihr könnt schon mal reinpacken! Ihr könnt schon mal reinpacken! Oh, lol! Ich hab Falt schon... Oh, lol! Meins wurde rausgespawnt, glaube ich! Ja, ist ja egal! Wir warten hier hinter! Hodor ist zu fett! Hä, der rennt oben rum? Ist der behindert? Oh, der will jetzt einen bestimmt rausgehen! Äh, Ben auf Command irgendein Minion? Hm... Alter, lass mich mal raus, bitte! Ich komm nicht raus! Winnie! Oh, da! Ich komm nicht raus! Winnie! Winnie! Winnie, lass die leider raus! Vor allem, die haben da ein scheiß Wort jetzt stehen! Ja, komm raus jetzt! Ja, okay! Wollen wir eine... Eine Wave komplett Ben auf Command? Man kann doch nicht raus sein! Ich bin doch echt der Quest! Ich kann nicht raus! Wir lassen Winnie... Ey! Ey! Alter, was erlauben die sich! Was erlauben die sich? Was erlauben die sich? Was erlauben die sich? Ich bin's! Okay! Ha, ha, ha! Okay! Ha, ha, ha! Guck mal, wir lassen Winnie... Der Inno will es einfach wecken! Wir lassen Winnie hier! Wir lassen Winnie hier! Winnie, du bist jetzt... Du bist jetzt Teil der Sumi-Wort! Tum mir leid! Kommt er da nicht mehr raus? Nee! Ich hab das da hinten extra eingestellt! Oh, Leute! Alle Baron Buff! Auf das ZZ-Rod Portal! Alter... Hilfe! Habt ihr einen Banner? Leute, keiner verlinkt's drauf! Ich hab keinen fucking Banner, Mann! Guck mal, der hier hat Banner! Wir machen... Das geilste wär... Baron Buff, Banner und ZZ-Rod! So, alles zusammen! Und das ist so ne riesige Armee! Das wir... Das ist mein Traum! Winnie! Ja, mach das mal! Gar nicht chillen wollen! Winnie, du kommst da niemals raus! Obwohl doch in der Minute despawn die! Wir können mal die Elips nehmen! Können wir noch locker einen Baron machen nachher! Alter... Ubra auch, ja? Da steht da halt immer noch drin! Der irgendwann despawns hat! Ewig kann der da nicht drin bleiben! Winnie, wie geht's dir? Gut, alles, alles gut! Wie ist die Lage? Ja, die... Ja, die... Die Portes, die laufen weiter hier drauf raus! Oder? Die dummen, die laufen hier noch oben! Raus, raus, raus! Raus, raus, raus! Raus, raus, raus! Raus, raus, raus! Oder? Oh, Sivir, 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 Sivir! Boom, Baby! Hab ich gar nicht mitbekommen! Er hätte fast Winnie befreit! Winnie, du bleibst auf jeden Fall drin, ne? Mach's gut, Winnie! Oder? Backporten nicht erlaubt! Okay. Flaschen auch nicht, nehm ich euch! Ne, ich... Vor allem, sie werden die jetzt einfach holen und töten, weil sie haben... Darf ich angreifen, wenn die kommen? Nö! Also klar nicht, das kannst du... Also klar kannst du... No, jetzt sieh da drin! Oh! Jetzt sieh da drin! Du bist raus! Ja! Oder? Warte, warte, wir kämen wenig... Raus und Cuttern! Los! Einfach... Okay, Leute, wir müssen jetzt alle Banner auf Command haben! Guter Flash! Oh! Ja, ich brauch noch Geld dafür! Ich komm weg! Ich komm dir entgegen! Ich komm dir entgegen! Nee, du kommst einfach weg, ey! Guck, 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 guck! Warte, warte, bait, bait! Guck! Ich hab TP, ich hab TP, ich hab TP! Alter, ist das retarded, ey! Oh, der Bitzkling! Lass mal lieber Baron machen! Lass mal lieber Baron machen, bevor wir die alle killen! Alles klar! Alter, wir sind halt wie so ne Katze, die mit so ner toten Maus spielt, Alter! Richtig eklig, ey! So, wir warten jetzt, wir gehen alle zum Baron! Habt ihr alle Banner auf Command? Nein, nein, wir müssen noch anderthalb Minuten warten! Ja, jetzt hab ich! Ich hab so lange drin gewartet, ich hab so viel Gold bekommen! Buri, was meinst du? Oder, oder, oder! Wie soll ich Geld bekommen? Das steh ich jetzt nicht! Sachen verkaufen! Wir können jetzt nicht anderthalb Minuten hier warten! Ach so, du musst an... ach so, ja, scheiß drauf! Ja, wir lassen jetzt erstmal für uns... Drake ist auf Feuer! Ich will solche Potions haben, wo sind die? Nicht dumm? Weil consumable, konsumierbar! Hä? Ich seh den... ah da unten! Ich kann den Tricket noch upgraden, ne? Was machen wir? Also, wir haben auf jeden Fall die richtigen Items dabei! Wir können auch ein bisschen... hier, äh, hier, Hodor, wie wärs wenn... Hodor kriegt die Last Hits auf die Minions hier! Gib dem Lieben Hodor mal Geld! Der braucht das! Der Hodor ist so tanky, Alter! Hodor! Der Junge braucht das Geld! Der braucht noch nen Banner of Command! Wann sind denn eure Banner of Commands wieder ab, liebe Leute? Ja, ich krieg aber... Bei mir ist alles ab! Bei mir ist alles ab! Bei mir ist alles ab! Okay, Zizirod, 100... Eine Minute und 100 Gold für Banner! Nicht rein pushen, Leute! Das machen die Minions für uns! Das machen die Minions für uns! Ähm, Hodor nehmen wir unseren Jungle! Unser? Wer hat noch keinen... Du brauchst noch Geld, okay! Ja, Hodor braucht Gold! Wieviel Gold brauchst du denn, Hodor? Sag mal... Scheiße! Wie soll das funktionieren von der Kommunikation her? Hodor, 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 Hodor! Für jeden... Ja, für jede Zahl, äh... Einfach ein Hodor und dann immer... Ein Sex! Oha! Verkauf dein Randweans! Hauptsache, er hat... Er hat Electricity Upgrade auf die Boots! Hauptsache das, Alter! Verkauf jetzt einfach deine Items, Alter! Es ist wichtig, dass wir einmal... Äh... Die Wombo-Kombo haben! Wir machen Drake! Nochmal Drake, ja! Und danach Baron! Und danach... Müssten alle Banner haben, oder? Joa! Wenn Dings verkauft! Wenn Mori verkauft! Oh, hier kommt Blitzcrank! Nice! Nice! Magst du nicht sterben? Nö! Okay, wir gehen zum Baron! Wir gehen zum Baron! Wir gehen zum Baron! Kein Banner? Wir machen Baron! Dann holen wir Banner! Dann holen wir Banner! Okay! Und ähm... ZZ-Rod! Und dann geht's richtig los! Aber können wir Banner... Das geht nur auf die großen Minions, ne? Äh... Banner geht glaube ich nur auf die Belagerungs-Minions, kann das sein? Ja, das heißt, wir können gar nicht... Können wir... Dann probieren wir das mit dem Trappen! Dann probieren wir das, ob wir mit dem... Mit unserem ZZ-Rod die Minions trappen können in unserer Base! Geht auf alle Minions statt, Hodor! Echt? Geht auf alle Minions! Ja, Hodor, Hodor! Ja, dann machen wir eine ganze Wave damit! Okay, back! Holt euch euer Banner! Und jetzt geht's richtig los! Jetzt ist die Party da! Wir stellen's einfach offensichtlich dahin, oder? Die ZZ-Rods, ist ja egal! Wir gehen dahin, wo Max ist! Und wir warten hier alle zusammen! Und dann bauen wir eine Wand aus ZZ-Rods! Okay! Alter! Alter, wir haben alle Buffs! Wir haben fünften Drake! Wir haben Baron! Wir haben ZZ-Rod! Wieso haben die den Surrender? Das verstehe ich nicht! Alle hier in Stellen tanzen erstmal! Hodor! So wollen wir jetzt... Und dann warten wir auf... Dann warten wir auf ne Minion Wave und packen auf der Minion Wave alle unser Banner drauf! Oh! Ey! 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 Wollen wir jetzt hier ne... Ne... Können wir die Minions blocken hier? Können wir die Minions blocken? Einmal... Hier hat schon jemand gestellt! Nein, nein, nein! Hier hinten hat jemand schon gestellt! Hier! Hier! Hier daneben! Jetzt daneben! Wer hat noch? Wer hat noch? Hier! 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 Ich mach... Ok! Hier noch das fünfte! Jawohl! Jetzt warten wir auf unsere Minions! Jetzt warten wir auf unsere Minions! Aber können wir damit echt blocken? Ne, hier gehts durch! Aber ich mach das erste Banner, ja! Ich mach das erste! Okay, du machst das erste auf das allererste! Ich mach das... Ich mach das auf das große! Ohhhh! Mach das erste nach! Mach das erste nach Mensch! Was?! Lass die blockieren! 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 Wir machen die Flut! Lass die sind Flut! Lass die sind Flut einfach! Wuscht nicht das sonst geht! Nein! 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 In die Lücke, in die Lücke, in die Lücke! Hodo, 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 Hodo! Oh Gott, oh Gott, oh Gott! Wir müssen, glaub ich, einen einfach groß machen. Alter! Ich mach Benner, ich mach Benner. Das ist einfach nur wie Sintflut, Alter. Guck mal, der steht, der weiß gar nicht was raus ist. Nein, ihr kommt ein Minion durch. Hin und wieder kommen die durch, ne? Ja, hier. Da muss einer stehen. Alex, geh da mal dahin. Ja, ich block hier schon da drüben. Da ist auch ein Loch. Ich glaube, Mori kann nach unten. Oder? Mori sollte, glaub ich, nach unten, weil oben versuchen die eh nicht lang zu gehen, glaub ich. Jetzt noch Benner auf Command? Alter. Jetzt blocken sie ab, jetzt geht's los. Sie stauen. Stauraum ist da. Stauen! Die sind Flut, kommt! Alter, wir haben hier... Haltet S gedrückt. Haltet S gedrückt. Hodor! Aber die Großen nicht. Hodor, Hodor, Hodor. Hodor, Hodor! Sie wir proxied, Sie wir proxied, Sie wir proxied. Lol. Ja, dann müssen wir drauf, oder? Ja, dann lass uns die doch einfach abreißen, wir sind zu fünft. Ja, wartet mal. Bis die da ist, knallen wir die locker weg. Darum geht's ja nicht. Wir können die die ganze Zeit schon knallen. Hodor, Hodor, Hodor! Hodor! Wir können zwei Minions verzaubern. Hodor! 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 Ich hab gleich wieder Benner auf Command. Ich hab gleich wieder Benner auf Command. Wenn sie nochmal packen, dann kriegen wir sie. Die sterben halt fast an diesen... Hodor! Was ist für ein Gameplan hier? Okay, die nächste Wave. Da packen wir alle unser Benner wieder drauf. Und dann packen wir nochmal... In 30 Sekunden hab ich wieder Benner. Jaja, ich hab in einer. Ich hab jetzt... Ihr müsst die Nachkampf-Minions groß machen. Hodor! Hodor! Da ist ein ZZ-Rod weg, ne? Oh ja, da ist ein ZZ-Rod weg. Sollen wir wieder rein? Sollen wir drauf jetzt? Ja. Okay, mit dem was wir haben. Und ZZ-Rod neu placen und rein. Hodor! Neu placen und engage. Aber wir haben auch kein Baron brauchen mehr. Naja, egal. Engage! ZZ-Rod ist geplaced. Max, jetzt du deins auch hier. ZZ-Rod, ne? Das ist ein Gegner, die Schuss, Leute. Hitution! Hhorhohohohoho! Okay, Alter, hier, die Party ist da. The Party has arrived. Huch die an! Huch die an! Huch die an! Alter, die kommt. Die Boilerbrunners, Alter, zieh dir das rein hier, was ist das? Junge, ins ZZ-Rod. So, hier. Ey, die müssen das ZZ-Rod in Ruhe lassen. Huch die an! Wir kommen wegen die zZ-Gebühren! Sie haben nicht bezahlt! Jetzt kommen wir alles kaputt, Junge! Wenn du kein zZ bezahlst, dann krieg's' mal aufs Maul! Wo soll er feinst'n? Nein, da ist im Phonen gerannt. Wer hat noch Band of Command? Gleich kommt wieder eine Wave. Ich gleich. Alter, Holy... Was ist das für ein Spiel? Die killen uns. Die killen uns. Ich hab beide Tower deaktiviert. Wir sind raus, wir sind schon raus. Ich hab beide Tower deaktiviert. Unsere Minions sind down. Okay, das hab ich mir cooler vorgestellt. Warum hat das nicht funktioniert? Nimm den Inhab, dass wir wieder ein bisschen Pressure haben. Nicht, dass sie jetzt wegkommt. Wir haben halt scheiß Items. Die haben inzwischen halt auch Voll-Item-Bild. Ich glaub, wir sollten jetzt wieder normale Items holen und die dann wegmachen. Okay. Dann verkauft ihr mal einen Scheiß, den ihr nicht braucht. Und dann holt ihr euch das, was ihr wollt. Und dann kloppen wir die aus dem Leben, dass die nicht mehr wissen, wo ihr Pup-Loch ist. Noll! Pup-Loch. Aber wo da? Leute, es geht bei mir sogar auf. Ich hab die letzte Viertelstunde nur getrollt. Ja, ist echt so, ne? Ist doch schön. Wie lange die Death-Time auch einfach sind. The fuck. Ich glaube, wir könnten hier tatsächlich und sie sie dort blocken. Ich glaube, das wäre möglich. Ich glaube, das geht hier nicht. Weil, guck, die würden dann hier oben laufen. Ich glaube, warum... Ich glaube, warum die durchgekommen sind, ist, dass einfach ab einer gewissen Zeit sie sich so durchteleportieren oder buggen, wenn sie merken... Oh, fighten wir? Ich bin tot, aber ich glaube, dass ich mit TP dazukomme. Blitzkrieg auf jeden Fall. Okay. Ah, wir finischen, Leute. Alles klar. Nochmal Dragon? Ja. Der dritte, fünfte Dragon? Wir sind halt Dignitas einfach. Ich würde sagen, wir holen den vierten Dragon und dann verlieren wir. Und dann verlieren wir den letzten Teamfight. Okay, Leute, mach dir mal. Ich warte mal ein bisschen Gold ab. Oh. Und dann rein rein. Hallo. Okay, ja gut, finischen. Okay. Oh. Könnt ihr mir eine Ward stellen? Dann komm ich. Warte mal. Und alle rein rein, sie sind dort aufstellen, wenn ihr habt. Also ich hab noch eins. Nö, ich hab verkauft. Einfach verkauft. Okay. Und jetzt gehen wir rauf. Ich kann beide... Ah, ne. Ich hab auch keinen Ohrrecker mehr. In den Rollen. So. Jetzt machen wir hier einfach nur Push-Party. Voodooor. 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 Ihr müsst die ZZ-Rod zerstören, die Range-Boys von uns. Achtung. Nadelos ist uns drin. Nadelos ist uns drin. Nadelos geultet. Wir können. Sehr gut. Und Churchdown. Nice. Und zerbrüsselt der Keks. So. Finally. Alter. Was für ein Game. Ja, das war eine weitere Runde Call is Call. Mal komplett random. Und bis jetzt beim nächsten Mal. Tschüss. Tschüss. Oh Gott. Tut seden. zieres Hasen. Newes. Woch esos heat. percebe. partir. Ges muchísimo. Los visitos.